Hallo Jungs draußen und Willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal und wie es sich gehört, wenn man so lange nichts gemacht hat, dann muss es mit dem einzig wahren Satani sein. Hi! Ja, hi zusammen. Krass auf jeden Fall. Wollen wir da jetzt in drei Sekunden drauf connecten? Drei, zwei, eins, go! Oh, lol. Hi! Was lebt bei mir noch? Ich bin schon drin. Wir haben hier auch Anfangs-Equip. Was haben wir denn hier für ein Anfangs-Equip? Effizient, aber keine Haltbarkeit. Okay. Das ist der Golan. Den können wir dann tauschen. Ah, okay, okay. Okay, wir sind auf jeden Fall Team 14. So, ja, wir haben einen Morriban. Ey, wie sieht das denn hier aus? Sieht ja alles voll komisch aus. Oh, es ist erstmal Nacht. Wir sollten auf jeden Fall sofort anfangen, irgendwie, also... Tiere, ne? Wo, wo, wo ist Optifine? Wo ist Optifine? Oh, scheiße, ey! Okay, ja, äh, genau. Also, wir sollten erstmal ein bisschen rum... Können wir sie abbauen? Das ist wahrscheinlich... Oh, ne, lass das, lass das stehen, oder? Ich weiß es nicht. Ist das... Steht das Imo in den Regeln drin? Ich meine nicht. Ey, das sind einfach direkt die ersten Diamanten-Equip, ne? Ja. Ja, eigentlich schon, ne? Steht irgendwo, dass dieser Scheiß-Born nicht abgebaut werden darf? Äh... Es... Ich weiß... Also, ich hab's nicht gelesen. Oh, scheiße, wir müssen aufpassen da, ne? Komm, lass fliegen, fliegen weg! Scheiße, jetzt... Es steht das nirgendwo, oder? Ne, es steht nirgendwo... Also, man darf keine... Keine von gegnerischen Spielern jetzt in der Friedensweise zerstören. Aber theoretisch steht es nirgendwo. Also... Also... Ich nehm das auf meine Kappe, wenn das jetzt Stress gibt. Aber es steht nirgendwo in den Regeln. Ich hab mich durch die Regeln doch... Ja, eigentlich... Vielleicht haben das hier auch schon welche irgendwo abgeerntet. Achtung, hinter dir! Boah, scheiße, ey! Wie funktioniert das mit Schlafen hier eigentlich? Man muss warten, bis aufgeladen ist. Genau. Boah! Scheiße! Die sind heftig, ne, die Kücher? Ich hab... Leute, ich hab so lange kein Minecraft mehr gespielt, ne? Boah! So. Aber wir dürfen nicht zu viele Mogeln davon essen, ne? Ja, ja. Da hinst du doch nicht an, dass der Gole... Ne, der Shop... Okay, ich brauche die Dinger ab. Ist mir scheißegal. Ist... Ist mir scheißegal. Es steht nirgendwo in den Regeln drin! Ja, es steht auch wirklich nirgendwo. Und ich... Ich werde sie jetzt... Und wenn können die uns hier nachträglich entfernen, so. Achtung, Creeper! Oh! Boah! Komm, lass hier weg, ey! Das ist mir zu unsafe. Wollen wir hier irgendwie über den Hügel oder so? Wir hatten doch einfach mal ne... Quert noch ne Map davon. Wir... Wo... Ich würd eben wohin gehen, wo's sich lohnt, weil... Ja, lass hier... Dein ist ein... Dein ist ein Ball, da können wir schmeißen. Genau. Da würd ich auch sagen. Huiuiui, geht hier auf jeden Fall, äh, schon mal gut los. Ja, aber hallo. So. Ähm... Oh, hier sind Schafe. Wo? Na gut, Schafe... Und ein, äh, Schweinbader. Oh, sorry. Hei, da ist PvP Schlech... äh, Schwerge... Äh, Schwerge... Da und sind Leute. Die Julia. Oh, die... Julia, oder wie die sich halt, äh, genannt hat. Ja. Wir sollten Kühe suchen, auf jeden Fall. Das war ja unser Haupt... Hey, ich denk, wir werden... Ich glaub, wir werden hier so richtig rumluben. Das seh ich jetzt schon wieder. Ja. Also, vielleicht können wir noch ein bisschen was zu den Regeln sagen. Oder wollen wir das jetzt später mal... Oh, hier ist aber ein... Ja, ich würd sagen, wir können... Ich hab ein Schaf, hab Fleisch. Stimmt, wir geben ja mittlerweile Lammfleisch. Genau, genau. Ähm... Ja. Ähm... Holz. Holz. Holz? Ich mein Holz. Ich mein Holz. Oh, wir haben hier Äxte. Nice. Ich würd sagen, wir sollten aber recht schnell unter die Erde gehen. Ja. Einfach um die Nacht auch erstmal zu überdrücken, ne? Und wir sollten, äh... Erde mitnehmen, auf jeden Fall. Jo, stimmt, stimmt, stimmt. Ah, scheiß Spinne! Boah! Alles gut, alles gut. Oh, da sind auf jeden Fall Felder direkt. Ja, alles klar. Weil wir unbedingt das anbauen müssen. Die... Diese automatische Sprengung. Also ich muss sagen, Minecraft ist, äh, schon echt anders geworden. Ja, dieses neue PvP, das geht nicht dermaßen... Oh, meine... Oh, der Vogel ist vielleicht kaputt. Jo, ich hab fast nen Stack. Das ewige Schwimmen, das ist das... Ja, ich hab über... Über zwei Stacks. Oh, ich hänge. Das ist so kackig geworden. Also ich muss... Ich muss dir sagen, was ihr wollt. Aber das ist so geil. Ja. Also das ist echt komisch. Also das haben die verkackt, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ich mein, Minecraft PvP lief. Das... Das musste man nicht ändern. Das war beliebt. Ja, das war echt... Oh, hier Hühner. Wie lang ist die Friedensphase? Zwei Tage. Okay, zwei Tage. Also sollten wir auf jeden Fall morgen noch ein bisschen was... Ja. Ja. Ja, auch nicht. Genau. Also wir haben uns jetzt erstmal geschlossen, dass wir jetzt mal eine Stunde durchziehen hier. Ja, hast du auf die Uhr eigentlich geguckt? Äh, ne, das nicht. Aber ich guck einfach ab und zu in meiner Audiospur. Ja. Alter Hase. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Holz wir ungefähr brauchen. Ach. Das ist schwer zu sagen, ey. Lieber mal zu viel als zu wenig. Genau. Genau. So. Aber es sieht doch schon mal hier ganz gut aus. Es läuft. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Ich mach mir echt Gedanken wegen diesen blöden... Wegen diesen blöden, äh... Äh, hier sag mal schnell. Weizen, die wir hier abgebaut haben. Ja. Weil... Es steht halt nirgendswo drin. Es stand wirklich nirgendswo drin. Es stand... Es gab die Klausel in der... In der Regel, dass wenn wir... Äh, hochgradig asoziale Aktionen... Dass uns der Menschenverstand sagen soll, dass es nicht erlaubt ist. Aber das war auch, äh, darauf bezogen... Irgendwie Gegner zu töten mit ner Falle oder so. Jaja, genau. Also mit... Mit ner asozialen Falle. Gehen wir ja nichts machen können oder sowas. Sowas machen wir eh nicht. Glaub ich zumindest. Das ist so blöd. Ich bin doch gar nicht hin, ey. Es ist so geil. Einfach. Äh, ich hab irgendwo Schweine gesehen. Hinten in dieser Richtung. Genau da, wo wir jetzt hinlaufen. Da sollten wir dann auf jeden Fall die holen. Weil ich möchte ungerne eigentlich hier die... Dahinten... Ja, ich hab auch welche gesehen dahinten. Ja. Oder glaub ich, da war irgendwo was. Ja, da sind welche. Oh. Nice. Vor allem Schweinefleisch bringt ja noch mehr. Ja. Das mit dem Essen hat sich ja auch geändert. Ich muss das PvP noch durchblicken. Wann darf ich schlagen? Erst wenn's aufgeladen ist, ne? Ah, das wären ja dann... Ja, genau. Das wären aber dann richtig epische Kämpfe, ne? Mit dem Aufladen. Und du kannst halt auch Schilder... Schilde machen, glaub ich. Das ist halt auch... Hast du einer, der Schilde sagt? Ja. Schilder? Ich würd immer Schilder sagen. Also... Ja, da denk ich an... Da denk ich an, ähm... Straßenschilder. Ja, aber daher kommt das doch, oder nicht? Echt jetzt? Also ich denke, das ist für mich ein Wort. Ein Schild. Also die Mehrzahl ist ja Schilde. Und nicht Schilder. Oh, guck mal da unten. Tierparadies. Ohhhh. Ohhhh. Oh, die Kohle und die ganze Zeit. Alles. Und wir können ja direkt Steine fahren. Ja, ich würd sagen, wir bauen uns hier irgendwo runter. Ah. Ja. Hat das Spiel verlassen. Dann hab ich doch schon gestorben an einen Creeper oder so. Ja, das wär echt ärgerlich, ne? Wär gut für uns, weil wir wollen ja gewinnen. Wir sind gekommen, um zu siegen. Auch wenn wir keine Ahnung von Minecraft haben. Ja, also. Und jetzt von diesem PvP... Bums hier. Hier ist Eisen, 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 Eisen. Ohoho. Und hier die, ähm... Ich nehm hier diese, ähm, Pilze mit. Nice. Also wie viel Eisen brauchen wir erstmal, um eine Eisenrüstung zu machen? Keine Ahnung. Viel wahrscheinlich. 23? 24? Ähm. Ist noch Kohle da oben? 9 plus... Ja, hol ich schon. Plus 5... Warte mal, was soll ich hier? 5 plus 4 sind 9 plus 7 sind 16 plus 8 sind 24. 24, also 48 Eisen brauchen wir. Genau. So, ich hab ein bisschen Kohle hier schon mal am Start. Noch ein paar Pilze. Mischen. Eins der 13 waren... Wieviel Diamanten? Ich hab gar nicht geguckt. Ein Diamant. Ein Diamant? Okay, okay. Lieber Bloody Beach 1. Ähm. Also Leute, falls ihr Bloody Beach 1 nicht kennt, könnt ihr auch da natürlich nochmal irgendwann, wenn ihr Zeit habt, äh, dadurch gucken die Folge, äh, die, die Staffel war dermal episch. Wir verlinken die Playlist unten in der Videobeschreibung. Ja, genau. Ähm. Ich hab grad überlegt, ob wir hier uns eventuell runter zu einer Höhle, äh... Ja. Also uns... Oder sollten wir noch ein paar Tiere holen, so. Weil jetzt haben wir halt... Sind wir halt nochmal an der Oberfläche. Ich weiß es halt nicht, was jetzt effektiver ist. Hm. Also, ähm... Flamm und 16 Roß, Schweinefleisch und 7 Hühnerfleisch. Ich hab 10, 5 und 3... Fleische. Ja. Ja. 10, 5 und 3... Ja, schwer zu sagen, ne? Aber... Aber wir sollten auf jeden Fall auch relativ schnell Eisen und so einen Bums haben, ne? Ja, das stimmt natürlich auch. Vielleicht... Keine Orientierung mehr, ne? Genau. Und wir sollten auch eigentlich zügig anfangen, dann schon Samen hier anzupflanzen. Auch immer mal Gras halt. Oh, 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 oh. Lol. Du Wundesohn. Ja, wollen wir uns hier irgendwo einfach runterballern oder hinten an der Stelle? Sterb doch mal bitte! Alter! Ey! Oh, oh, oh! Nein! Oh! Wow! Ich hatte grad den Schock meines Lebens, ne? Und hier ist ne Hülle. Hier unten. Sehr gut. Oh, Zertani. Ja. Ich hatte Angst. Oh ja, ich hab's gemerkt. Ich hatte schon ein halbes Leben weg. Und dann dieser Creeper-Drick neben mir, der ohne Rüstung übel viel abzieht. Wollen wir hier runtergehen? Ja, ich hol mir noch hinten die Schweine. Gerade eben kurz. Ich hab Angst, da jetzt auch alleine reinzugeben. Ja, ja. Ich hol mir die kurz noch. Oh, hier ist auch... Oh, die Map sieht aber gut aus, muss ich ehrlich sagen. Die ist irgendwie modelliert. Also das ist ja keine... Ja, 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 ja. Die Höhlen, ne? Die Höhlen auch? Die Höhlen sind wohl anders, hat Domsel gesagt eben in der Besprechung. Es gab hier eine Besprechung? Ja. Ach Mensch. Ja, aber da war nichts so großartig Wichtiges. Alles so selbstverständliches Zeug. Ah, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht gewesen, hier die Kohle einfach da zu lassen. Ja, aber... Heißt ja nicht, dass wir hier unsere Base bauen. Ja. Einfach nochmal ein bisschen farmen, ne? Ja, genau. Ja, genau. Einfach mal runter, oder? Äh... Hier hinten geht ein Weg runter. Oh, nice. Creeper? Ja, das ist natürlich kacke. Soll ich Fackeln machen? Oder? Eher nicht so? Ähm... Nicht, dass die uns irgendwie hinter uns spawnen oder so, die Vieh hier. Oh! Ach, da ist noch ein Creeper. Weg, weg, weg! Du musst mir jetzt mal helfen, du musst mir jetzt mal helfen, du musst mir jetzt mal helfen. Flieh! Ich kann den halt nur zu dir kicken. Ohohohohohohohoho! Versuch den mal zu töten, weil ich bin jetzt langsam bisschen grenzwertig! Ey, wenn wir... ... wegen so einem blöden Creeper sterben, das wär' die keine Herzen! Oh, down! Okay, das ist auch, wir machen jetzt machen wir auf jeden Fall jetzt erst mal Workbenches, also einen Workbench und dann Öfen. Weil… Du kannst ja nicht weiter gehen hier. Das ist richtig! Ich streche einen Workbench hin, hier ist eine. So wirst du was? Ah, Scheine, hab ich noch gar nicht. Ich hab sieben Steine. Okay, dann mach schon mal den Ofen, also bau noch mal ein bisschen ab. Ich hab hier die Fackeln auch mal hingeplaced, einfach so, damit wir ein bisschen sicherer sind. So. Ofen am Start. Holz, holzi, holzi, holz. 2,57er, das find ich echt stark, ich mag die Band. Die sind echt gut, die sind richtig gut. So, perfekt, dann hab ich jetzt erstmal wieder keinen Hunger mehr, das ist ja schon mal ganz gut. Ja, das ist echt schön. Man kann sich ja ultra schnell herzen, wenn man Fleisch gegessen hat, ne? Ja, das ist echt mega geil. Okay, dann sollen wir auf jeden Fall Eisen schleunigst finden. Ich hab hier noch nicht so viel Eisen gefunden. Ich weiß auch gar nicht, ob Eisen überhaupt, hast du schon welches überhaupt gefunden, wie jemals? Ja, ich hab 14. Ah, ja, weil ich... Oh, hier unten geht's aber kacke runter. Da hinten ist Gold, glaub ich. OP-Gold-Äpfel sind ja erlaubt auch. Ja. Ja, ja, ja. Dann mach ich auf jeden Fall noch einen Ofen, wo ich mal ein bisschen Eisen reinmache. Mache. Ja, das ist auf jeden Fall auch gut. Crap. Ich hab so Angst, ne? Ich hab so richtig Paranoia, weil das wär mir so unangenehm, jetzt zu sterben, ne? An einem Filter, ne? Ja. Das wär mir so unangenehm. Naja. Okay, perfekt. Also haben wir ja schon mal so ein bisschen was. Genau. Wir müssen dann echt mal gucken, ob wir dann direkt versuchen, ne Base irgendwo zu bauen, oder ob wir... Ob wir erstmal rausgehen dann nochmal, wenn wir hier so ein bisschen unsere Eisenrüstung zumindest haben. Weil ohne Eisenrüstung würde ich gerne aus dieser Höhle rausgehen, weil ich denke, hier können wir uns auf jeden Fall genug Zeug zusammensuchen. Ja, würd ich auch sagen. Also erstmal hier auf jeden Fall so Grundausrüstung und dann können wir immer noch weiter gucken. Hier find ich jetzt auch grad nicht mehr so viel. Ich möchte... Achso, du brauchst dich da hin zu runter. Ja, ich brauch mich grad mal straight runter. Ich weiß nicht, ob ich nach da unten... Ah, perfekt. Hier ist noch so ein bisschen... Ich hör... Oh, ja. Ja. Wunderbar, du kannst den Gang einfach entlang gehen, wenn du nach unten willst. Okay, ja. Aber ich seh hier... Oh, hier ist ein Enderman. Okay, nicht angucken, ne? Weil ich ja... Ja, ja, ja. Und wenn jetzt hier ein Creeper spawnt, dann äh... Skeletts spawnen, dann hab ich ein Problem mit kleineres. Und dann wird er mich nämlich ein bisschen runterkicken. So minimal. Wär natürlich nicht so geil. Nee. Oh. Habt ihr grad den PS angeschrieben, oder? Ich wurde auch angeschrieben, aber... Egal. Lassen wir uns jetzt einfach nicht von stören. Genau. Da unten aus dem Enderfaggot. Ja, da unten. Also, es sind auf jeden Fall viele Viecher da unten. Da musst du natürlich aufpassen. Und auch nicht runterfallen. Das wär auch nicht so... Schlau. Wär nicht so gut, meinst du? Nee. Achso, wenn du das sagst, dann ist es dann... Dann, äh, ne? Oh, so viel Eisen hast du schon? Ja. Ist doch schon okay. So, perfekt. Ich versuch's einfach mal nach da unten. Hm, ich hab neun Eisen. Soll ich erstmal ne Brustplatte craften, damit du mit der Brustplatte runterkriegst? Das wär auch ne Idee. Ja. Dankeschön, mate. Bitte, bitte. So, wo hab ich mich denn jetzt nochmal runtergebaut? Ja, hier irgendwo. Ja, hier, hier, hier. Genau, genau, genau. Hier. Oh, jetzt kann man hier nicht mehr normal runterlaufen, wenn man dann jumpt automatisch. Ja.